Halliherlöchen Freunde, oh yes man, ihr seid wieder da zu Warieland Part 12. Oh ja, und wir sind unterwegs in den Parsley Woods, hier geht es jetzt endlich mal los, hier hat ja lange gedauert. Zu lange für meinen Geschmack, aber ihr wisst ja, ich hab von Anfang an gesagt, ich nehm noch Lust dafür meine Parts auf. Und dann einfach mal Kurs 31. Und wer ein bisschen Ahnung von dem Spiel hat, weiß, dass es hier einen Schatz gibt, aber den können wir uns jetzt zu dem Moment so noch nicht holen. Warte mal, da war da Knoblauchzeh drin und ich hab grad schon mal ganz kurz Part startet, aber da hat es wieder geleckt und dann fand ich doof. Und huch, wo kam der Geist denn her? Der ist ja vergegen mich gelaufen und gestorben, das ist doch cool. Genau, siehst du, ach ja stimmt, man kann ja die Geister immer so umbringen, wenn sie einem im Wasser berühren, dann sterben die immer so cool. Das fand ich immer episch irgendwie. Oh, wo kommt der denn her? Oh, war der vorher auch schon hier? Hey du Geist, stinkst. Abgesoffen, Freunde. Er hat ein bisschen zu viel Wasser geschluckt, Freunde. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ist ein bisschen komisch, ähm, so, wartet mal, das ist doch bestimmt der Speicherpunkt hier, ne? Ja. Tippe ich einfach mal, das ist der Speicherpunkt. Wenn nicht, dann habe ich jetzt Pech gehabt, aber ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Mann, ey, die blöden Kugeln hier mal zwischendurch. Die wollen mich doch veressen. Hm, aber ich glaube, die sind doch zu schnell, um unten durchzurollern, also, ihr versteht schon, so unten schnell durchzuschwimmen. Dafür ist Mario, äh, Wario, ich will mal Mario sagen, dafür ist Wario leider nicht schnell genug. Ein Jetpack. Swut. Äh, 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 äh. Boah, knapp Freunde. Tching, tching. Aber eigentlich, äh, also ihr merkt, es ist ein bisschen kacke Musik hier. Und, ähm, die Musik ist ja in dem Spiel gerade nicht so überrangt. Das ist kein, äh, verstecktes Geheimnis oder so, das weiß man. Aber ich finde, ähm, vielleicht kommt euch ja jetzt in diesem Part, ähm, die beste Mucke des Spiels entgegen. Die finde ich nämlich sehr episch und das ist, die sind die Gleisenlevel. Also, wer die das Spiel kennen, die können das jetzt vielleicht nachvollziehen. Ich finde die Mucke nämlich einfach überepisch. So, Freunde, es wird Zeit wieder für ein bisschen Mindest-Cheating, oder? Hm. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und brauche den Safe-State gar nicht, wa? Na, der ist laufend selig. Ich nehme mal für rechts. Bam, bam, bam. Okay, vielleicht aber auch doch nicht. Das ist gut. Geld. Und ich nehme nochmal rechts. Okay, das war falsch. Oh. Oh, ich habe nicht zwischendurch gesave-State. Das ist aber schlecht. Das ist gut. Genau. So, jetzt aber nochmal. So, dann müsste er jetzt theoretisch links sein. Ja, ist er auch. Und ich sage, jetzt ist er nochmal links. Ne, ist er nicht. Scheiße. Ah, Freunde. Und nochmal links. So, jetzt aber. Jetzt ist er nämlich rechts. Tchink, tchink. So, Freunde, genug Münzen eingecheckert. Mann, das dauert immer so lange. Ach, Vorspulen, Freunde. So, 6812 Münzen. Supi. Jetzt komme ich bei einer coolen Mucke näher. So, die Parsley Woods Stage 32. Cool. Und ihr werdet mich heute wahrscheinlich, denn wenn die Mucke losgeht in einer Ätzen, geradezu unnatürlich guten Launer erleben, weil ich finde die Mucke einfach überepisch. Döp, 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 döp. Aber ansonsten ist die ganzen Welken hier eigentlich so ein bisschen... Pff, Mucke halt, ne? Ey, Mann. Scheiß Vogel. Alter, der Rattert. Eigentlich kann ich hier durchfliegen, oder, Freunde? Hm. Hm. Mach ich jetzt mal einfach so ein bisschen. Huch. Uah. Boah, das war knapp, Freunde. Fast hätte ich mal einen schönen Jetpack verloren. Das wäre voll für den Arsch. Das wäre so richtig für den Arsch. Stimmt. Döp, 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 döp. Ja, du Stinky, du. Oh, was ist hier drin? Mein Herz. Dankeschön. Leben 38, Freunde. Mein Gott, ey. So viel Leben braucht doch kein Schwein. Döp, 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 döp. Huch, Alter. Na, du Vogel. Und ich höre gerade ganz nebenbei ist jemand nach Hause gekommen. Hi, hi, hi. Ba, da, bam. Bam, 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 bam. Mann, die Musik ist doch wirklich echt nicht so dolle in dem Spiel. Also da hätte man was Besseres nehmen können. Hm, ich hoffe ja in meinen zukünftigen, ähm, Wario Land Let's Place, die Blind werden, ist die Mucke ein bisschen cooler. Na gut, noch ein Herz mitgenommen. Döp, 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 döp. Huch, wo geht's denn hier lang? Ich dachte, jetzt ist Ende. Da, 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 da. Aber ich glaube, ich habe da wirklich den Speicherpunktbus dran gehabt, weil... Hm. Ach, da. Da ist es, Freunde. Ich glaube, der Speicherpunkt war auch in einem anderen Leben, äh, in einem anderen Level. Hi, hi. Genau, Freunde, wir lassen den Stöpsel aus dem See raus. Voll cool. Ich finde das episch. So, Freunde, dann passt auf, ich hole mir jetzt erst aus Kurs 31 den Schatz, Freunde, weil... Naja, dann mache ich das so ein bisschen nach Chronologie. Einmal zurücklaufen, schnell Schatz holen und dann geht's weiter. Dam, dam, dum, dum, dum. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Winz-Game. Swut. So, schön. Da, 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 da. Genau, Freunde, da geht ihr nämlich mit der geilen Mucke weiter, aber ich hole mir erst mal den Schatz aus Stage 31, ne? Ist doch eine gute Idee. Und so. Scheiße, ich habe nie auf die Uhr geguckt, wann der Part angefangen hat. Das ist aber kacke. Bam. Bam. Bam, 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 badam, bam. Ey, jetzt ist hier endlich mal ein bisschen happy ihre Mucke drinne. Das finde ich aber cool. Mann. Oh Mann, scheiße, ich wollte... Oh. Ey, du Stinky, wo kommst du denn her? Der kleine Penner. Bam, 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 bam. Uh, da ist ja noch so ein Stinky. Oh Mann, ich würde gerne meinen Jetpack behalten. Oh, da ist der Schlüssel, Freunde. Der Meister des Schlüsselschwerts, Freunde. Ich glaube, ich benutze den mal, um den Typik zu killen. Oder? Das ist eine gute Idee. Hier hast du. Bam. Hihi. Ha. Ha, ha. Der wurde weggecheatet. Der kleine Spacken. Düm, düm. Na, was heißt kleiner nicht? Das ist immer der komische fette Pinguin, den ich nicht zuordnen kann. Oh. Hm. Freunde, ich probiere mal was. Hihi. Swit. Oh, schade, hat nicht geklappt. Nein, dann vielleicht halt so. Ach, scheiße. Hätte ja klappen können. Oh. Huh, das war knapp. Hehehe. So, hoch hier. Wie er den Schlüssel auch immer auf den Kopf trägt. Das ist ja auch offel. So, ein Herz nebenbei, angesagt. Hier kommen bestimmt wieder Steine runter, oder? Ach nee, so ein Typik hier. Damit kann ich leben. Ey, Schlüssel, bleib hier. Puh. Der holt abhauen. Habt ihr das gesehen? Wow. Wow. Puh. Schwitz. Das war ja knapp. Da, 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 da. Oh, 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 verdammte Scheiße. Das war jetzt doof. Oh, oh, wie komme ich nie wieder zurück? Ah. Oh, ein Stern. Cool. Hä? 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 Döp, 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 döp. Oh, den kann ich so umtöten. Dafür brauche ich keinen Schlüssel. Bam, bam. Hm, ich könnte jetzt oben lang gehen, aber ich wüsste nicht warum. Hi, 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 hi. Da, 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 da. Uch, du, du schon wieder. Mann, von euch fette Hintpinguinen gibt's viel zu viel. Bam, bam. Sag mal, stirbst du jetzt endlich? Na, dankeschön. Einmal, halt den Knoblauch. Bam, bam. So was hier? Jetpack bitte. Och Mann, oh Scheiße. Hätte ja klappen können, wa? Bam, 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 bam. Hier ist ein Schlüssel in der Sicht. Ich find da hat voll E-Bag. Bam, 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 bam. Mein Gott, ey, schneller, Mario. Das dauert viel zu lange, Freunde. Bis der immer hier mit seiner fetten Speckhälfte da mal eben die ganzen Dinger aufgebracht hat. Uh. Warum machst du nur kein Spiegerdingen? Das ist mir ja nicht egal. Oh, Stern. Quetz down. Quetz down. Quetz down. So, Freunde, und da unten ist der Schlüssel. So, jetzt muss ich aber zurück an den Schlüssel holen. Schade. Zapp. Happen. Zappen. Whee. Freunde, warte auf das Wuff. Huch, das wollte ich gar nicht. Wo geht's eigentlich hier oben hin? Ich gucke mal. Swit, swit, swit. Oh, Münzen, Freunde. Oh, cool. Das ist aber episch. Die will ich haben. Gib her. Meins. Moins. Swit. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt hier nicht irgendwo irgendwelche Löcher fallen. Swit, swit. Ein bisschen switchen. Bam, ba, da, 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 da. Huch. Heppah. So, aber wie komme ich jetzt da unten ran? Ich brauche, brauche ich da für den Stier? Hm. Ah, da braucht man. Ich habe so eine, ich habe so eine Eingebung. Ich glaube, dass man hier hinten irgendwie durch konnte. Ach, genau. Hier war das. Swit. War jetzt der Wasser weg. Und das heißt, man ertrinkt hier nicht, wenn man zu tief taucht. Und man kommt zur Schlüsseltür. Der versunkene Schatz von Atlantis. Und es ist irgendeine komische Maskenfigur. Hm. Komisches Ding. Aber jetzt sieht die ganzen Schätze aus. Der hat ja auch einen Knall in der Optik, oder? Aber wir haben Schatz 11, Freunde. Cool. MNO fehlt noch. Bam, ba, da, da. Bam, bam. So, und Freunde, ich glaube mal eine Stage schaffe ich noch. Die mit der lustigen Mucke. Weil die ist einfach voll geil. Da freue ich mich riesig drauf. Yeah. Ba, da, da. Bam, ba, da. Hier ist ein bisschen Geld. Ching, ching. So, Freunde. Ähm. Ich habe jetzt keinen Bock Geld zu cheaten irgendwie. Mache ich in der nächsten Map vielleicht. Hi, hi, hi. Swit. Elfe eingezahlt. Und schon haben wir 7.011 Münzen. Übrigens, 7.000. Äh. Eigentlich insbesondere 11, war. Ja, 2011 ist vorbei. 2012 ist jetzt. Also, Freunde, ich mag euch gleichzeitig begrüßen. Herzlich im neuen Jahr, wa? Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgerutscht und habt euch nicht ausgerutscht, ne? Also, habt euch nicht ausgerutscht. Oh Gott, was für ein Deutsch. Egal, nächste Map, Freunde. Kurs 33. Und da kommt die coole Mucke. Du, 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 du. Du, du, du. Die ist voll nice. Ja, das nehme ich die ganze Zeit dazu. Das ist voll ohne Scheiß. Dam, da, da, da. Der kleine Stinky geht mir auf den Sack. Den kenne ich. Der ist jetzt gleich. Bam, bam, bada, bam, 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 bam. Ey, Mann. Ach, dann leck mir eine Fresse. Ich finde die so geil, die Mucke. Echt mal. Seid doch mal ehrlich. Die ist so cool, oder? So schön. Platt gematscht. Und jetzt geht's in den Zug, Freunde. Der fällt jetzt nämlich los. Passt auf, Freunde. Na? Und dann merkt ihr, wir fahren jetzt hier irgendwo ins Nirgendwo. Hey, komm, du Stinky. Los. Die mache ich alle platt. Mit guter Laune, Mucke. Oh Gott, Autoscrolling, Freunde. Das ist zwar ein bisschen scheiße. Aber dafür haben wir coole Mucke, oder? Bam, 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 bam. Oh, ein Jetpack. Danke schön. Ching, ching. Bam. Ähnlich mal jemand, der Knoblauch und nicht irgendwie Pilze inhaliert. Das ist ein bisschen kacke immer. Oh, watz, watz. Voll auf die Schienen geschmissen, Freunde. Ist das gemein, oder? Jetzt rollen wir mit der Rasine hier durch die Regen. Und noch ein bisschen Geld nebenbei. Ching, 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 ching. Ach, die Mucke ist so schön happy, Freunde. Bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam, bada, 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 bada. Bam, 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 bada, 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 bada Das war Harschauf. Ah, da ist ja lebes Herzen drin. Was? Ist mir voll. Egal. Die ganzen Blöcke. Ist mir egal. So, Freunde. Jetzt litsche ich mal hier unten durch. Weil jetzt sucht der Vogel halt nicht da oben. Oh, hier noch so ein Typ hier. Ja, ne? Hast du ja gedacht, war. Ich sammle alle Münzen fröhlich ein. Aber die nicht. Ich bin noch nicht lebensmüde. Da wär ich ja richtig voll bekloppt. Oh ja. Oh Mann, verdammt. Schnell. Mann, verdammt. Ich hab mein Jetpack verloren. Ach, doof. Egal. Die Mucke, die heitert mich auf. Hier, Mann, du Spacken. Ab in die Ende der Welt hier. So, weiter geht's im Zuginnenraum, Freunde. Da kommen noch ziemlich hässliche Maps auf mich zu, glaube ich. Oh, Alter. Kommst du her? Komm doch mal her, kleiner Stinky. Den schmeiß ich auf den anderen. Auf den hässlichen Winky. Geh weg von der Tür. Dann muss ich verdäten durch. So, jetzt hier. Du, Stinky. Huch. Hey, du. Komm mal mit hier. Hier, mein Entenwurf. Huch. Ja, ja. Bummer. Denkst du mal? Ja, schmeißt doch. Interessiert mich nicht. Ich kill euch. Geh durch die Tür. Und dann ist die Musik leider vorbei, Freunde. Tut mir aber leid. Schade. Ich fand das so lustig. Ich find die Mucke super episch. Für 65 Münzen lohnt sich das nicht. So, Swood. Aufgeladen. 7. 770 Münzen. So, Freunde. Und da geht's gleich weiter in irgendeinem Baumstamm-Level. Ach, ich glaub, das ist das, wo man hochklettern muss. Okay, Freunde. Ich glaub, ähm. Hm. Hm. Ich weiß nicht, wie lange hab ich aufgenommen. Freunde. Soll ich mal ganz kurz gucken? Ja, ich guck mal ganz kurz. War. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Zwei Minuten hab ich noch, um draufzusetzen, Freunde. Ähm. Auf die Uhr geguckt. Und dann ganz losgehen. Mit Kurs 34. Hier bitte nehm ich auch wieder einen Schatz. Aber ich glaub, den werden wir hundertprozentig erst im nächsten Part einsammeln. Der ist nicht ganz leicht. Das dauert hier ne ganze Weile. Na, du Stinky. Schade. Ich könnte euch jetzt mal einen Blitz vorführen, dass wenn der Blitz den Typ hier trifft, dass ich 10 Münzen bekomme. Hier, da. Hier. An dir testet ich das mal, Freunde. Komm mal her. Komm mal her, du Wolke. Mann. Ah, ja. Ich hab getroffen, Freunde. Habt ihr gesehen, da ist ein Zehner rausgekommen. Find ich voll episch. Very nice. Ja, den sammle ich ein. Da ohne Scheiß. Cool. Noch ein Zehner. Dankeschön. Uuh. Blitz mich doch einfach mal nicht an. Wuchala. Wow. Hehehe. Hier, noch so ein komisches Stier. Oh, Freunde. Hier oben kann man hängen. Cool. Wüsste ich nicht. Da. 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 Ich muss aufpassen, dass ich jetzt wirklich nicht zu lange aufnehme, weil sonst dauert da drin dann wieder super lange und da hab ich keinen Bock drauf. Geh mal weg, du komischer, ähm, Sonic für Wasser, Mann. Ah, verdammt. Oh, ich hasse die Dinger. Voll die Homing-Attack, Freunde. Was ist das denn für einen Eingang, Freunde? Das verstehe ich immer nicht. Man kann aber nicht durchschwimmen. Mhm. 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 Bam. Bam. Ey, Freunde! Meine Geldhühnchen! Cool! Swut! Hier hast du! Gib mich auch! Dankeschön! Ching, ching! Ching, ching! Dankeschön! Das finde ich ja richtig nett. Hier hast du noch mehr Futter, das gebe ich dir wirklich gern. Bam, bam! Mann, wo ist denn das blöde Huhn, Freunde? Mann, scheiße. Oh, ich dachte, ich sehe es nochmal. Ach, da ist es! Huhn! Ah! Ching, ching! 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 Super! Der war nice, Freunde. Freunde, pass mal auf die letzte Minute sammelt, ich jetzt noch ein bisschen Geld, oder? Da! Nein, er kackt die Zehner da oben aus, das ist schlecht. Oh Mann, jetzt waren es bloß zwei Zehner, das ist aber doof. Da, 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 ein Typ, hier habe ich noch. Ey, wieso fliegst du nach außen? Ist doch voll doof. Huhn! Danke, komm mal her! Komm mal her! Da! Mann, nein, ich wollte es doch nicht töten! Oh Mann, oh! Das war eigentlich so nicht beabsichtigt, Freunde. Schade. Naja, was soll's. Hier, da, geh kaputt. Oh nein, fuck, da war noch einer. Ja, okay, Freunde, so, pass auf. Genau an der Stelle mache ich jetzt einen Cut, ne, Freunde. Kurs 34, im nächsten Part arbeitet euch dann einen Schatz, vielleicht einen Bosskampf, ich weiß nicht, wieder coole Mucke. Also bis dann, Freunde, bis Part 13. Ciao! 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 Ciao!